Grundkursgaming Moinsenius und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkursgaming. Ich bin Gerhard von Riva, gelernter Geisteraustreiber. Und wir befinden uns gerade mitten nachts im stürmischsten Regen, wir haben es gerade schon ein bisschen gehört, an einer Kapelle des ewigen Feuers, die schon lange nicht mehr benutzt wurde. Und dieser Priester hier hat sich gedacht, mit dieser Fackel, die ihr im ewigen Fall entzündet hattet, geht da doch mal rein in diese Kapelle und vertreibt die Geister, die dort spucken. Angeblich der Geist eines Burgfräuleins, die Frau des Dorfvorstandes, ja, irgend so jemand auf jeden Fall. Hier haben wir auch den Schrein, ups. Da haben wir schon eine Erscheinung. Die uns gleich mal ordentlich zusetzt. Zum Glück macht der nicht so ernsthaft viel Schaden. Nee, hier drüben bin ich eigentlich. Das weiß ich noch. Ausweichen ist nicht. Da müssen wir nochmal komplett neu raus. Ups, umdrehen. Komm schon. Na. Die sind aber sehr... Oh. Sehr passiv, äh, sehr defensiv meine ich. Nicht passiv, sondern defensiv tatsächlich. Ähm, das ist neu. Nicht ganz so defensiv wie die Arachnomorfe, aber... Äh, genügend defensiv, um zu nerven so. Ich suche die Katakomben der Krypta. Äh, wir haben Nekrophagenöl drauf, sehe ich gerade. Warum zur Hölle? Warum zur Hölle? Geisteröl? Du siehst aus wie Geisteröl. Tatsächlich. Ähm, ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall merkwürdigerweise Nekrophagenöl. Ähm, ja nee. Wir stecken das Schwert mal komplett weg. Dann schauen wir uns vielleicht mal in dieser kleinen Kapelle rum. Dann, falls wir denn den Eingang finden können. Ach so. Beschlossen. Aha. Na schönes Ding. Also da kommen wir tatsächlich gar nicht rein. Kommen wir hier rein. Es sieht ein bisschen aus wie, ähm, das Ding, was die, ähm, Sumpfschrullen hatten. Äh, hiermit gewährt die Ochsenforter Kurier der Kirche des Ewigen Feuers den Einwohnern der folgenden Dörfer die Aussetzung der Anbetungspflicht in der Kapelle des Ewigen Feuers, Brunwich, Erde und Hedde. Äh, äh, aus ungeklärter Ursache halten üble Kräfte die heiligen Städten, äh, äh, Städten dieser Dörfer besetzt und flecken die Hoheit der Kirche sowie ihren heiligen Boden. Bis ein professioneller Exorzist engagiert werden kann, wird er vorgebahnt in den genannten Dörfern an die Friedhöfe oder die Friedhofskapellen aufzusuchen. Martha Wilhelmius Eil, Büro der Ochsenforter Kurier. Aha. Von der Anbetungspflicht, ach, freigesprochen, ach, ist so lieb von euch. So, wir schauen mal nochmal ganz kurz ins Inventar, wenn irgendwie unser Essen geht hier langsam zur Neige, brauchen wir mal was Neues, was Nahrhaftes, was Leckeres. Ah, vielleicht hier statt Töpfeln so ein bisschen Studentenfutter. Trockenfisch könnten wir auch essen. Äh, Schularenfutter meine ich natürlich. Konnte ich das nur verwechseln, oh mein Gott. So, und dann gibt es hier statt Brot ein paar Knödel. Die haben wir bestimmt von Hattori. So. Und jetzt können wir uns hier ein bisschen umsehen, hoffe ich, in Ruhr. Also wir könnten hier überall Licht machen und so weiter und so fort. Hm. Hier gibt es erstmal tatsächlich nichts Interessantes. Oh, das sieht nach Blut aus. Oder sind es Blütenblätter? Na, ich denke eher Blütenblätter. Oder Wachsflecken. Auf jeden Fall kein Blut. So, in den Katakomben der Krypta sollen wir uns also umsehen. Aufgeschlossen. Ha. Da sieht mal einer an. Und hier unten scheint es wieder einigermaßen düster zu sein. Das heißt, wir wären vielleicht ganz gut beraten. Ja, dann wären wir wahrscheinlich... Ah, na, es geht. Es geht. Ja, aber in den letzten Winkel kann man hier irgendwie nicht so richtig reingucken, ne? Äh, wir trinken also eine leckere Katze. Auf das wir recht viel sehen würden. Oh ja. Und dann sehen wir nämlich, das Ding hier unten ist viel größer, als wir sehen konnten eben. Was gibt's denn hier? Der Glaube von Skellige. Ruiden. Oh, ein Buch. Na, da schauen wir doch direkt mal rein. Auf Skellige leben nicht nur die Jünger des örtlichen Pantheons, sondern auch Druiden. Der Kult der Freier und der Kreis der Druiden koexistieren nach in großem gegenseitigen Respekt. Die Verehrung der Heiligkeit von Erde, Fruchtbarkeit, Liebe und Geburt ist das Band, das die beiden Glaubensrichtungen verbindet. Für die Druiden sind die Menschen ein Teil der Natur und sie sollten ihre Umwelt mit dem größten Respekt behandeln. Sie sind der Ansicht, dass es die Natur war, die den Menschen und menschenähnlichen Völkern das Leben als ihr kostbares Geschenk gab. Und dass sie Menschen ihren Willen dem der Natur unterwerfen sollten. Aha, also mal umgekehrt. Mensch unterwirft sich Natur. Passiv, wohlgemerkt. Druiden werden als Weise und Priester behandelt und von der örtlichen Gesellschaft sehr geschätzt. Sie fungieren als spirituelle Berater, Kräuterkundler und Alchemisten. Die Skelliger suchen in schwierigen Zeiten ihren Rat, rufen sie zu ihren Kranken und bitten sie Konflikte zu schlichten. Die Druiden von Skelliger haben wie ihre Brüder auf dem Festland ein Kreis. Einen speziellen Bereich in ihrem Heiligen Hain, der Versammlungen, Meditation und dem Studium Heiliger Folianten gewidmet ist. Viele Druiden sind in der Lage Magie auszuüben. Aha, also nicht alle. Das ist mir neu. Ich dachte, Druiden wären immer magisch begabt, weil ansonsten sind sie ja einfach nur Kräuterkundige. Nicht, nein. Ein Saphir. Oh Mensch, toll. Ein bisschen Grabbünderung hier natürlich. Goldner Ring zum Beispiel. Saphir stoppt Bärenfett. Wer hat denn hier Bärenfett geponiert? Wow. Die verfluchte Mutter. Also das war nicht die Antwort auf das Bärenfett denke ich. Andererseits, wer weiß. Oh, 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 oh. Da ist die Körperlust geworden. Einen Moment. Ach du Schande. Funktioniert hier also ähnlich wie eine Mittagserscheinung. Ups. Das baut sich da irgendwie nicht so richtig rein, ne? Aber wir müssen sie ja da reinbringen, sonst wenn sie körperlos ist, äh, jetzt mal ein Knödel gerade, äh, haben wir da relativ schlechte Chancen. Wir sollten auch vieles hier in diesem Kreis drin bleiben. Oh ja, das ging schnell. Das war ein Instant Kill. So, das war noch eins von ihren Anhänseln. Ach du Scheiße. Ja, vielleicht bin ich schon bereit. Was? Schon wieder aufgelöst? Mal her. So, ich glaube wir haben sie. Ein Nachterscheinungsmuttergen. Eine Nachterscheinung und eine dunkle Essenz. Hm. Es scheint aber noch nicht alles gewesen zu sein, was es hier gibt. Mal einfach mal ein bisschen Scholarenfutter hier. So, wir schauen uns hier mal um. Ein wenig. Neumondstiefel, ich glaube die haben wir schon. Da liegt die Leiche wahrscheinlich von ihr. Vielleicht finden wir auch raus, was passiert ist. Vielleicht hat das was mit Ruiden zu tun. Oder dem Kult der Freya. Und eine Neumondrüstung haben wir definitiv schon. Nun gut. Ja, dann schauen wir mal. Abgeschlossen. Eine Erdbeer. Die heilige Jungfrau Erdbeer. Das ist sie. Ich weiß es nicht. Oder hieß sie Himbeeren? Ich glaube Erdbeeren. Schauen wir mal, was wir da gefunden haben. Mir ist nichts geblieben. Gar nichts. Alles was mir bleibt, ist die Geschichte meiner Familie aufzuzeichnen. Eine Geschichte voller Furcht und Schrecken. Möge ich sie in diesem Brief niederschreiben können, bevor ich selbst dahin schreide. Es scheint ein Traum zu sein, der sich wieder morgen auflöst. Doch es gab eine Zeit, in der wir glücklich waren. Meine wunderschöne Frau, Ornesta und ich. Unsere Hochzeit war ein gesellschaftliches Großereignis und ein rauschendes Fest. Ein Jahr später wurde unsere geliebte Mild Burger geboren. Die Leute priesen die Schönheit unserer Tochter, sagten sie sei ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Ornesta verärgerte das immer etwas, doch ich schenkte dem damals keine Beachtung. Schon bald wuchs unsere Familie weiter. Erst kamen Mathilda, dann Ethel, beide so rein wie Engel. Doch Ornesta, nun, ich werde nie den Abend vergessen, an dem sie da saß und ihr langes kastanienbraunes Haar kämmte, während die Mädchen weinten und weinten. Ich sagte zu ihr, Liebes, ich glaube die Mädchen haben Hunger. Daraufhin kanzelte sie mich das erste Mal ab, sagte sie hätten kein Recht darauf hungrig zu sein, dass sie ihr ihre Schönheit und ihre Jugend gestohlen hätten, dass das mehr als genug sei, von dem sie zehren könnten. Oha! Ich hätte es damals schon wissen sollen, ich hätte wissen sollen, dass sich der Wahnsinn in den Verstand meiner Geliebten eingeschlichen hatte und dass er sich mit jedem Kompliment, das unsere Kinder erhielten, tiefer dort eingrug. Jahr für Jahr wurden die Mädchen größer und anmutiger, aber die Zeit meinte es mit den Alten nicht gut und auch Ornesta blieb von ihrer Grausamkeit nicht verschont. Ihre Haut wurde faltig und verlor den Glanz der Jugend. Eines Nachts weckte mich das Mondlicht, das die ganze Welt in einen gespenstischen Schein tauchte. Ich sah mich in unserer Hütte um, sie war leer. Ich lief zur Tür hinaus und entdeckte Abdrücke von nackten Füßen, die zum Friedhof an der Kapelle führten. Als ich sie sah, klopfte mir das Herz bis zum Hals. Ich fand sie, alle drei um den Springbrunnen drapiert. Wäre ich nicht ihr Vater gewesen, ich hätte sie nicht erkannt. Tiefe Schnitte verunstalteten ihre liebreizenden Gesichter, Hautfetzen und sogar Fleischstücke lagen, überall verstreut. Als ich nach dem Anblick dieses Schlachtfestes auf mich wirken ließ, hatte ich das Gefühl, dass mich jemand beobachtete. Und so war es auch. Ornesta stand auf einem Hocker bei einem einsamen Baum. Um ihren Hals lag ein Seil wie eine dämonische Halskette. Sie nahm mir alles, alles was ich hatte, alles was mir etwas bedeutete, sagte sie. Dann sprang sie. Sie ist tot. Meine Ornesta, meine drei Töchter, auch sie sind nicht mehr. Ich werde ihnen schon bald folgen. Ich habe alles genommen, was ich besitze und den Göttern geopfert. Vielleicht vergeben sie mir und meiner geliebten Ornesta. Das ist traurig. Das ist super traurig. Da ist eine Schatzsuche gerade. Da war was blaues. Ich glaube aber es war eine Schatzsuche. Die verfluchte Kapelle. Unfälle passieren auch dem Frommsten, wie Geralt klar wurde, als er auf die Leiche eines Priesters stieß. Bei dem Toten fand er ein Tagebuch, dass er nach einem Schweigemoment für den Verbichenden einsteckte. Im Tagebuch las der Hexer, dass die Leute in dieser Gegend Ärger mit einem Spukfriedhof hatten. Pflichtbewusst beschloss er herauszufinden, was die Totenruhe störte und das Leben der Anwohner gefährdete. In der Krypta spuckte ein mächtiger Geist eine Fluchmutter. Diese Erscheinung wachte eifersüchtig über die Schätze, die mit den Toten zur Ruhe gebettet worden waren und griff jeden Eindringling an. Diesmal jedoch fand sie ihren Meister. Haha, da haben wir es. Ähm, dann gibt es dazu bestimmt auch irgendwie einen Eintrag im Glossar, oder? Guckt mal, der Gaunter Odim, der Spiegelmeister. Geralt hatte schon viele missliche Lagen überwunden, manchmal allein, manchmal mit der Hilfe anderer. Eine der seltsamsten Hilfen enthielt er vom Spiegelmeister. Der Hexer befand sich als Gefangener auf einem Schiff nach O4 und am Ziel wartete der Galgen auf ihn, als plötzlich der Spiegelmeister erschien und den Hexer an ihre erste Begegnung erinnerte. Er hatte Geralt geholfen, Yennefer in Weißgarten zu finden. Auch jetzt bot er ihm wieder seine Hilfe an, doch nicht kostenlos. Als Gegenleistung für die Befreiung vom Schiff verlangte er von Geralt ein Treffen an einer bestimmten Kreuzung. Als der Hexe einwilligte, erschien ein merkwürdiges Mal auf seinem Gesicht. Es war, als hätte der Spiegelmeister einen Siegel zur Bekräftigung eines Pakts hinterlassen. Später sollte sich herausstellen, dass genau dies der Fall gewesen war. Ah, und Shani? Geralt war in die Ochsenfurter Kanalisation vorgedrungen, um ein grässliches Monster zu erledigen. Entsprechend staunte er, in den dumpfen schleimigen Tunneln auf seine alte Freundin Shani zu stoßen. Geralt und ich hatten diese außergewöhnliche junge Frau einige Jahre zuvor noch als unbedarfte Studentin kennengelernt. Inzwischen hatte sie sich zu einer fähigen Ärztin und furchtlosen Feldsanitäterin der redamischen Armee gemausert. Im Rahmen ihrer militärischen Funktion war sie mit einer Eskorte in die Kanalisation hinabgestiegen, um eine Probe des Gifts zu nehmen, das von jener Monstrosität, die dort abgesondert wurde. Geralt, Ehrenmann vom Scheiter bis zur Sohle, bot an Shani zu helfen, kriegte ich. So, dann gucken wir mal, ob wir bei Olgirt vielleicht auch was Neues schon wissen, wenn sie so schon mal hier sind. Olgirt von Everec. Ah, nope. Und im Bessarium einen neuen Geist? Nein? Oh, okay. Ich hätte gedacht, wir hätten jetzt hier vielleicht eine Fluchtmutter oder sowas. Aber gut, scheinbar nicht. Ist auch in Ordnung. Ähm, aber... Wir wollen natürlich... Qualität hat ihren Preis. Äh, Verzauberung. Das wollen wir erledigen. Bevor wir zu Olgirt gehen. So, so langsam dämmert es draußen. Oh ja. Das ist ziemlich hell. Obwohl es angeblich noch nachts ist. Ich würde sagen, wir rufen uns gleich vorne an die Straße meine Plötze. Obwohl, ist nicht so weit. Da können wir eigentlich auch laufen. Da hinten scheint es schon langsam hell zu werden. Wenn ihr wisst, was ich meine. So, da bei der Mühle müsste das Zelt gleich stehen. Können wir hier irgendwie rüber. Ein bisschen abkürzen übers Feld. Das wird die Bauern natürlich nicht erfreuen, aber... Für uns ist es allemal kürzer. Ich nehme gerade einen... Weißen Honig zu mir. Ah, besser. Ja, es wird tatsächlich schon hell. Und da geht die Sonne auf. Ach, er ist gar nicht hier in seinem Zelt. Er pennt irgendwo hier hinten rum. Ach, hat er hier so eine Hütte? Nee. Aber in die Mühle können wir ja durchaus mal reinschauen. Vielleicht auch nicht. Ja. 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 Ich habe Geld für bessere Werkzeuge. Auch gut. Ähm. Ach so, der Rundschmied kann deine Gegenstände mit Runenwörtern und Glüfenwörtern verzaubern und ihnen so neue mächtige Eigenschaften verleihen. Rufe zum Verzaubern das Verzaubernfenster auf. Ähm. Ähm. Ja, auf jeden Fall. Ach, Geld für bessere Werkzeuge. Hard at work, good to see. Ah, yes. Commissioned have I tools. A fitting set from Novigrad crafters. Many arms and legs they charged, but renew my work in earnest I now can. New runes, glyphs and diagrams created I have. An eye you should cast. Find one to your liking, perchance. So, nothing holding you back now. From making mastercrafted runes, you mean? Much more coin I will need to do so, sadly. Wow, 15.000. Schauen erstmal, was er hat. Und tatsächlich auch komplett andere Runen. Glyph der Bindung. Glutenresistenz. Vitalitätsregeneration. Abnutzungsgeschwindigkeit, aha, okay. Mehr Vitalitätsregeneration. Okay, und dann hat er hier auch die Sachen, damit wir uns das selber basteln können. Er hat ein bisschen Geld. Könnte man ihm ja eigentlich ein bisschen Kram verkaufen, ne? Hier wird das Zeug wieder ewig mit uns rumschleppen. Ansonsten hat er hier die ganz normalen Runensteine, wie es aussieht. Ah, das ist ein Geld, alle? Okay. Ähm, ja, sind die Sachen Elementarresistenz? Weiß nicht. Abnutzungsgeschwindigkeit, Verringerung, Vitalitätsregeneration. Ja, das wäre vielleicht was. Dann müssten wir nicht immer so mit Essen rummachen. Glutenresistenz. Ja, weiß nicht. Finde ich eigentlich alles nicht so geil, muss ich sagen. Also, Runenwörter und Glyphenwörter. Du kannst Gegenstände mit Runenwörtern oder Glyphenwörtern verzaubern. Diese Wörter können nicht zugleich mit einzelnen Runen oder Glyphen verwendet werden. Wenn du ein Gegenstand verzauberst, werden aktuell eingesetzte Runen oder Glyphen zerstört. Na toll. Hier werden Gegenstände angezeigt, die mit Runen- und Glyphenwörtern verbessert werden können, sich also verzaubern lassen. Es können nur Gegenstände mit drei Aufwertungsplätzen verzaubert werden. Aha, okay. Ähm, dies ist die Liste von Verzauberungen, die bei bestimmten Gegenständen verwendet werden können. Zum Verzaubern und damit Verbessern von Waffen und Rüstungsteilen sind ganz spezielle Verzauberungen erforderlich. Verschreibung der Verzauberung, okay, gut. Verzauberungsstufen, ah, verschiedene Stufen, okay. Na, gucken wir mal. Verjüngung. Die der tödliche Hieb, den du austeilst, stellt 25% deiner Ausdauer wieder her. Das ist schon nützlich, ja. Für tödliche Hiebe erhältst du Adrenalinpunkte, erhöhte Reichweite von Wirbel. Boni von Rüstungsschmiede, Fischen und Schleifsteinen sind dauerhaft. Wow. Knödel. Ach, den Piroggenruhenstein und den Handkäserohenstein gibt's wirklich. Ich dreh durch. Verzerrte Lebensmittel regenerieren die Vitalität um 100% stärker. Dafür schmecken sie aber ausnahmslos nach Piroggenbesänftigung. Nehmen sie stetig ab bis zum Wert von 0. Bis dahin ist die Regeneration von Vitalität und Ausdauer erhöht. Ah, nö. Rotation. Mehr Igni. Ah, okay, cool. Automatischer Quennschild. Geil. Alle angelegten Rüstungsteile gelten als mittelschwer. Ausdauerregeneration mit Art, das wäre ganz nützlich gegen Schildträger und sowas. Die Rüstung lenkt alle Pfeile ab, auch super nice. Ja, da warten wir mal, bis wir Stufe 3 haben irgendwie. Und dann schauen wir mal, was es da noch gibt. Äh, bisher gefallen mir diese Effekte ganz gut. Dafür müssen wir dann natürlich unsere Blutenboni aufgeben, ne. Wenn wir hier irgendwas nehmen würden. 0,1 bis 0,25 Adrenalinpunkte. Naja, das ist sinnlos. Ausdauerwiederherstellung, ne. Auch nicht so geil. Aber bei den Rüstungsteilen, da gibt es schon was geiles. Und ich denke, auf die Igni Art-Uni können wir auch verzichten. Wenn wir dafür hier sowas geiles bekommen. Äh, da warten wir mal noch, was es Stufe 3 gibt. Und dann kümmern wir uns da rum. So. Die Qualität hat ihren Preis haben wir abgeschlossen. Ähm, das ist in Oxenfurt, ne. Ähm, das ist auch in der Nähe von Oxenfurt. So, wir schauen mal. Verzauberung, Qualität hat ihren Preis. Der ophirische Runenschmied ging alsbald an die Arbeit. Doch für komplexere Runen und Glyphen würde er besonderes Material brauchen. Beispielsweise war Jade dafür unerlässlich. Geralt wollte gern von den besseren Verzauberungen profitieren und machte sich daher auf die Suche nach dem Material. Es war nicht einfach, Jade in größeren Mengen aufzutreiben. Doch der Hexer hätte auch eine Taube in einem Schneesturm finden können. Schon bald hatte der ophirische Runenschmied was er brauchte. Ach, das war schnell wieder Westwind. Haben wir sonst noch irgendwas? Anfangskosten? Haben wir mitbekommen. So, und jetzt braucht er Geld. Ähm, 15.000. Als nächstes. Wir fragen ihn nochmal. Okay, er sagt wir das gleiche. Schade. Also 15.000 müssten wir ihm geben. Für das nächste Upgrade. Da fehlt uns ganz knapp noch ein bisschen was. Ähm, aber seine Werkstatt sieht inzwischen schon ganz brauchbar aus auf jeden Fall. Finde ich gut. Hat was. Ähm, ja mal sehen, wann wir das Geld zusammen haben. Für heute war's das auf jeden Fall. Jungs und Mädels. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Äh, blablabla. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.